Hallo zusammen. Die schönste Nachricht des Tages kommt von den Grünen. Annalena Baerbock behauptet, sie kann Kanzler. Wir behaupten, wenn Angela Kanzler kann, kann jeder Kanzler. Vielleicht auch Karl Lauterbach von der SPD. Aber wenn wir schon bei den Grünen sind, dann würden wir Anton Hofreiter favorisieren. Der erste kann Kanzler mit Jutebeutel. Das würde im Ausland, dem Wirtschaftsstandort Deutschland, den richtigen Kick geben. Freunde, bleibt stark. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. F cozy each被net Liste. Schönen. Fä name. Schönen bis. Schönen bis. Schönen bis. Vielen Dank.